Hi und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich bin Hannes the Cook, arbeite für Dynamic Food. Du bist hier gelandet auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Foodblog. Ja, worum geht es hier bei mir? Bei mir geht es eigentlich darum, den Menschen zu helfen. Also der YouTube-Kanal kümmert sich eigentlich nur um Kochen. Kochschule, wie kann ich was kochen, zum Beispiel private Sachen, wie mein Leben in Chile war, wie unser Leben da und da ist, wo wir halt waren. Es ist mehr so die private Seite von uns. Es geht nicht nur um Kochen. Aber der YouTube-Kanal ist hauptsächlich für Rezepte da. Wenn ihr mehr Informationen in Sachen Ernährung oder sonstiges haben wollt, dann müsst ihr auf unseren Blog gehen. dynamicfood.wordpress.com Hier werdet ihr tolle Berichte über Verdauung, über Ernährung, über Kohlenhydrate. Wir wollen alle Themen ergreifen, die wichtig sind, um ein gesunder und physikalisch fitter Mensch zu werden. Wir wollen den Menschen helfen und den Menschen zeigen, wie gut man sich ernähren kann. Zum Beispiel haben wir auch Berichte über Palmöl. Ist das jetzt gut oder nicht? Das könnt ihr alles bei uns auf unserem Blog nachlesen. Wer es noch nicht entdeckt hat, der kommt einfach mal auf unseren Blog und recherchiert ein bisschen. Und wenn ihr Interesse habt, mit mir zusammen zu kochen, das ist kein Problem. Wir können zusammen was kochen. Ihr ruft mich an, schreibt mir. Wir können skypen. Wir können E-Mails schreiben. Wir sind auch bei Facebook erreichbar. Wir sind eigentlich da, kann man sagen. Wir wollen niemandem was verkaufen. Wir wollen einfach nur Menschen unterstützen. Wir wollen dich persönlich unterstützen, ein besonderer und besserer Mensch zu werden. Ich bin gerade dabei, die Ausgabe zum Ernährungsberater zu absolvieren. Und danach bin ich qualifizierter Ernährungsberater und kann noch mehr Menschen helfen. Ich möchte einfach nur zeigen, dass man gesund leben kann in so einer Welt wie hier. Wo ein Apfel eigentlich mittlerweile teurer ist als eine Flasche Bier. Ich meine, wo kommen wir da hin? Vielleicht werden wir irgendwann so groß sein und können irgendwas erreichen und vielleicht ein bisschen was hier verändern in diesem Land. Aber da sind wir noch sehr weit weg. Aber mit deiner Unterstützung oder mit meiner Unterstützung für dich können wir beide viel erreichen. Ich bin Hannes Zuckuck, Abkünzung HTC. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal privat oder einfach nur in Brutteschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye.